DADADA DAAN Da da daaa So und Io da war Irgendwot Ehh Moose se thinkue Ya Seine nervt hubs Aaz Aaz Raa Du schuben die doommaa Hier jetzt dis darfste schumin do und jetzt smack d ö aah Moite Pah Steh So, das ist alles drin, Kinder. Alles. So, was wollte ich sagen? Also, rasieren zu mir nicht extra für den Bürgermeister. Ich bin ja flexibel. Ja, Gott sei Dank. Ich bin der Pfadfinder hier. Und dann hier. Nochmal. Wo ist es? Ey, hier. Nein. Ja. Halt ruhig. Halt doch mal ruhig. So, warte mal. Daum hier. Ach, geil. Juhu. Also, meine Süßen. Ich hab zu tun. Ja, 23. Um halb geht los. Am halb geschloss. Zu Fuß natürlich. Weil, ich darf ja nicht mit seinem Fahrrad fahren. Na und? Ich krieg jetzt selber eins. Das wird genau, ey, da freut mich schon drauf. Ja. Sag mal, Jenny. Was machst du denn da? Ey. Die hoppte auf meiner Schulter. Ey. Auf meine Schulter da. Sag mal, Süße. Was soll denn bitte jetzt? Leg dich mal da hin und dann ist gut. Meine Schulter hast du nicht zu suchen, du blöde Kuh. Ja, so ist fein. Ah, geil. Okay, bis bald.